Über Plone 5, die nächste Version vom Plone CMS-System. Plone, wenn du es nicht kennst, ist es ein Content-Management-System, basierend auf dem Applikations-Server ZOOP und verwende eine objektorientierte Datenbank, die ZOOP-DB, die ZOOP-Object-Database, und basiert alles auf der Programmiersprache Python. Ich bin der Johannes Rackam, ich habe da auf der FH studiert und bin Web-Developer, Open-Source-Enthusiast, Linux-User, Python-Avisionaler Plone-Developer und verwende es seit 2004 und seit 2009 bin ich Core-Contributor, das heißt, ich habe die Plone, die Contribution Agreement unterzeichnet, sodass der Code, den ich produziere, der Foundation gehört, der halt im Plone-Web-Developer drin liegt. Und Blue Dynamics Partner bin ich seit 2010, das ist ein österreichisches Netzwerk an Plone und ZOOP entwickeln. Wir marken das nur kurz ab, wenn ich das vorgeklagiere. Okay. Und seit 2012 bin ich im Framework-Team von Plone und bin damit dabei bei der Entwicklung, also bei der strategischen Weiterentwicklung von Plone. Wir prüfen, also wir kommen dann später, was die einzelnen Gruppen machen. So, was ist Plone? Wie angesprochen, es ist ein Enterprise-Content-Management-System, ein Collaboration-System, weil es nämlich sehr gute Berechtigungskonzepte beinhaltet, ein Dokumenten-Management-System auch, man kann es auch als CMS-Framework einsetzen. Und der Einsatzzweck ist recht breit. Und überall, was um Content zu publishen für das Web geht, ist Plone eigentlich recht stark dabei. So schaut das Plone 4.0 aus. Das ist am Screen da, um nicht ganz optimal zu sehen, aber das Plone 4-Reihe ist das Design so. Man sieht da diese grüne Edit-Bar. Das Frontend ist in dem Fall immer das Backend auch gleichzeitig. Man kann direkt den Frontend editieren und die Redakteure müssen keine Abstraktion zwischen Backend und Frontend mehr machen. So. Plone verwendet, wie kurz angesprochen, schon die Object-Database. Und hat da als Core-Konzepte auch einen Inhaltsbaum, der durchtraversiert werden kann. Das heißt, man kann im Plone einen Ordner anlegen, in den Ordner legt man Dokumente rein und man greift auf die Dokumente dann quasi via die URL, so zu Domain, Slash Ordnername, Slash Datei oder Dokumentenname. Der Security-Requad von Plone ist sehr gut. Es liegt vielleicht nicht nur daran, dass Python eine sehr sichere Programmiersprache ist und dass Plone auch, also dass es viele Konzepte der Web-Volumabilität unter Plone einfach nicht greifen, weil zum Beispiel wir haben keine SQL-Datenbank, da fällt das ganze SQL-Injection schon mal weg. Und nicht zuletzt liegt es wahrscheinlich auch daran, dass Plone nicht besonders weit verbreitet ist und dadurch einfach aus dem Grund, im Gegensatz zur PHP, das ja wirklich sehr weit verbreitet ist, und die darauf aufsetzenden Systeme sehr wenige Security-Probleme gibt. Dann das Permission- und Workflow-System in Plone ist sehr gut. Also man kann Berechtigungen bis auf Objektebene, also einzelne Objekte, einzelne Content-Inhalte, die man publishen möchte, vergeben. Und noch weiter hinunter bis auf Feld-Ebene. Das ist sehr, sehr diffizil. Und nach wie vor ist, also das kommt, dieses Konzept kommt von ZOOP, und da gibt es kaum Systeme, die sich da irgendwie matchen können. Dann das UI ist das Backend-Gleichtes-Frontend, was meiner Meinung nach einen guten Teil der Benutzerfreundlichkeit von Plone ausmacht. Und die Plagibility, das heißt die Erweiterbarkeit, ist auch sehr gut aus meiner Sicht, weil man durch bestimmte Techniken die ZOOP bereitstellt, das Ganze ganz gut erweitern kann. Nämlich konkret die ZOOP-Komponenten-Architektur, das da in der Mitte drin steht, ermöglicht eine sehr gute Erweiterbarkeit auf Basis von Adaptern, die man definiert, die gegen Interfaces matchen und so. Da sind ein paar Konzepte eingeführt worden, die Python an sich nicht kennt, beispielsweise Interfaces gibt es in Python nicht. Aber die ZOOP-Frontation hat das mit, also Anfang der 2000er Jahre, mit dem Re-Write von ZOOP 2 für ZOOP 3 eingeführt. Manche beiden Developers strecken unter anderem von dieser ZOOP-Komponenten-Architektur zurück. Meiner Meinung nach ist es ein wichtiges Killer-Feature von ZOOP und Plone. Das passiert auf Python 2.7, da werden wir auch so schnell nicht weggekommen leider, außer wir wechseln den ZOOP-Unterbau durch ein anderes Fremdwerk aus. Beispielsweise denken wir da konkret an Pyramid, das ist quasi die Weiterentwicklung von ZOOP, von jemandem, der auch tief in der ZOOP-Entwicklung drinnen gesteckt ist. Pyramid ist ein recht modernes Framework, das auch Python 3.3 unterstützt. Dann das Ganze ist in der GPNV 2 lizenziert und die ZOOP-Objects-Data-Base ist auch eine recht feine Sache meiner Meinung nach, die manchmal auch Probleme machen kann, weil sie solche Tools, die man, also die Objekte, die in der Objekt-Data-Bank drinnen liegen, kann man nicht ganz einfach abfragen. Man braucht immer einen Index und muss immer Queers gegen einen Kralog absetzen, damit man die Objekte rausbekommt. Außer man weiß konkret den Ort, dann kann man sich über die beiden Dictionary-API direkt ansprechen. Gut, dann gibt es auch in Plone und ZOOP richtig viel Legacy-Code und das ist im Moment eines der Probleme. Wir versuchen das mit Plone 5 in den Griff zu kriegen und diesen Legacy-Code rauszuhauen. Und Buildout ist unser favorisiertes Software-Bildsystem, mit dem wir Software, also Entwicklungsversionen bereitstellen, Software auch auf Server, in Live-Betrieb deployen. Und gleichzeitig ist das ein total super System aus meiner Sicht und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie eigenartig over-engineert und bietet relativ wenige Log-Messages, die hilfreich wären, wenn mal was schief geht. Aber wir haben irgendwie uns arrangiert damit und im Moment hat noch niemand den Task in Angriff genommen, das zu verbessern. Ah ja, und Plone, der steht aus 236 Byton-Packages, das ist so, Django-Developer werden lachen. Da ist eine Liste der Byton-Packages, die wir alle haben. Es ist einerseits gut, andererseits auch gleichzeitig schlecht, weil es irgendwie die Wartbarkeit der ganzen Software erschwert. Also unser Release-Manager hat richtig viel zu tun. Aber auf der anderen Seite kann man zum Beispiel, um eine Software-Enderung zu releasen, ist es oft nur notwendig, in einem kleinen Paket eine Änderung zu machen und dann wird dieses kleine Paket veröffentlicht und fertig. Also man muss dann jetzt quasi den gesamten Software-Stack dann um eine Version hochzuziehen. Allerdings, wir versuchen diese 236 Byton-Packages unter 200 zu bekommen, zumindest für den ersten Schritt und in weiterer Folge noch weiter zu reduzieren. So. Gut. Wer ist dieses Plone? Seit 2002 gibt es diese Software. Es ist damals auf der Euro Byton vorgestellt worden, von Alex Leamy und Alan Rownian. und es war als Skin on top of der ZOAP-Content-Management-Framework gedacht. Mittlerweile ist es eigentlich schon viel weiter. Also es ist eine eigenständige Software und nicht nur als Skin zu verstehen. Entwickelt wird es sehr offen. Im GitHub-Kollektiv finden sich die ganzen Planerweiterungen. Und es ist nur notwendig, ein GitHub-Issue, also so ein Issue im GitHub-Issue-Tracker zu eröffnen, um Lead- und Write-Access zu bekommen. Wir haben 426 Contributor zum Collective. Also das ist total offen, weil es ist total unkompliziert, dass jemand dann, man muss nur irgendwie quasi den Willen zeigen, dass man halt was machen möchte und schon bekommt man irgendwie einen Zugriff. Wir haben dort über 1000 Repositoris, 1200. Das hat das zur Folge, dass GitHub in der Standardsuche die ganzen Repositoris-Kollektiv sucht. Also keine Ahnung, da gibt es GitHub hat da eigentlich schon ein paar Issues mit dieser wahnsinnigen Menge an unterschiedlichen Add-ons, die wir da drinnen liegen haben. Und dann gibt es noch das GitHub.com slash Plone, diese Organisation. Dort drinnen liegt der Plone Core. Und die ganze Plone Core-Entwicklung findet dort statt. Dort haben wir 318 Members. Also das ist auch ein Unterschied zu anderen Projekten, wo bei Django sind es glaube ich 20 Core-Contributor oder so, die halt Patches von anderen Leuten akzeptieren. Also insofern sind nicht nur 20 Leute verantwortlich für die Weiterentwicklung von Django. Aber in Plone haben wir 326, die direkt, 318, die direkt in den Plone Core-Committen können. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Wahnsinn. Also das gibt dann ganz eigene Probleme, wenn man so viele Core-Contributor hat. Nämlich, dass die Software-Qualität auch erhalten bleiben kann. Also das machen wir, ich zeige ich auf einer anderen Folie, glaube ich, das machen wir mit Continuous Integration-Systemen und einer relativ guten Testkultur. Also wir versuchen, die neue Features werden eigentlich nur akzeptiert, wenn Tests dafür geschrieben worden sind, außer sie sind so trivial, dass das eigentlich nichts ausmacht, keinen Test dafür zu haben. Und für die Weiterentwicklung von Plone haben wir einen Blip-Prozess, das ist ein Plone Improvement Proposals. Also so quasi Anträge, die man ausführen muss, um ein bestimmtes Feature in den Quarter zu bekommen. Das wird dann diskutiert und die Implementierung wird reviewt und ich habe zum Beispiel vor kurzem eine Erweiterung maintained, sagen wir so, Hauptentwickler von einer Kalendererweiterung von Plone bin ich und der Prozess hat sich jetzt über drei Jahre erstreckt und es wird in Plone 5 reingekommen. Und ja, dann gibt es Sprints, wo wir uns treffen und Plone gemeinsam weiterentwickeln. Gut, diese große Menge an Quark-Contributern, die haben wir, also GitHub kommt uns da recht entgegen. Also die Pull-Requests, das Pull-Request-Feature von GitHub und das Code-Review-Feature von GitHub, wo man quasi Commits direkt kommentieren kann beispielsweise, das ist wirklich super, finde ich, und das kommt unserem Entwicklungszyklus ganz gut entgegen. Und bis 2010 haben wir bei SVN eingesetzt und diese Zeit traue ich überhaupt nicht mehr nach. Und wir haben unsere Pakete in Jenkins und in Service.AI gemanagt und das heißt, wenn ein Commit gemacht wird in den Core, dann wird die Testmaschine angeworfen und die Tests hier durchgelaufen. Und falls es Probleme gibt, dann wäre es laut unserer Testkultur der erste Schritt, das Problem zu fixen. In der Praxis schaut es dann manchmal auch ein bisschen anders aus, dass zum Beispiel die Tests wochenlange nicht gefixt werden. Aber eigentlich sind wir ganz gut in dieser Testing-Kultur, habe ich den Eindruck. Versuchen wir auch, da mal besser zu werden. Und die Plone Foundation ist noch so ein weiterer Punkt, der ich sehr kenne, zu erläutern. Die Plone Foundation ist dieser organisatorische Überbau über Plone. Es steht aus dem Plone-Board, also den Leuten, die halt wirklich so die strategischen Entscheidungen machen, dem Framework-Team, die die Weiterentwicklung betreuen, bin ich unter anderem ein Mitglied, dann ein Testing-Team, die die ganze Test-Infrastruktur maintainen, ein Documentation-Team, der zu kurzem hat es ein paar Sprints eigentlich gegeben, und die Reihe des Sprints ist noch nicht so Ende, wo die Dokumentation von Plone verbessert wird. Die ist eigentlich so leider auch, würde ich mal sagen, also da hat Django definitiv eine viel bessere Dokumentation, da können wir uns einiges davon abschauen. Aber das wird besser, wir werden auch die unterschiedlichen Visionen in unterschiedlichen Dokumentationen, also die unterschiedlichen Plone-Versionen in unterschiedlichen Dokumentations-Versionen aufteilen und so. Es gibt ein User-Interface-Team und ein Accessibility-Team. Plone hat recht gute Werte bezüglich, also Plone ist recht gut in dieser Accessibility, weil Plone gerne im Governmental-Bereich eingesetzt wird und dort ist es notwendig, dass man Accessibility-Kompatibilität einer gewissen Standard-Politik hat. Wie ich kurz angesprochen habe, es kommen noch ein paar Bilder, um das kurz aufzulockern. Also es gibt Sprints, das war vor kurzem der Sprint in München, Wein- und Bier-Sprint haben wir den genannt. Und gleichzeitig hat er in Südafrika stattgefunden, das war quasi der Wein-Sprint in München, der Bier-Sprint. Wir haben uns ca. 20, 25 Entwickler haben sich da getroffen und an Plone-5 gearbeitet. Das ist ein Sprint, der eine Woche zuvor in Seattle stattgefunden hat, da war ich nicht dabei. der Emerald-Sprint. Da ein Gruppenfoto von Emerald-Sprint. Das ist ein Gruppenfoto vom Cafeter-Sprint, der im Februar in Köln war. Und hier ein Sprint aus dem Jahr 2003 wollte ich auch noch reintun, weil das war aber vor meiner Zeit von Plone. Bevor wir zu den Features von Plone 5 kommen, möchte ich noch im Durchlauf zeigen, wo Plone eingesetzt wird. Also da sieht man mal ein Skinshot von der Plone-Website, Plone.org-Website. Das ist die V-Soft-Ofrontation, die auch Plone einsetzt in ihrem CMS-System. Die NASA-Science-Seite ist auch mit Plone umgesetzt. Die International Schweiz-Seite ist eine Plone-Seite. Und ein großer Plone-Kunde aus Österreich oder Plone-Anwender in Österreich ist die NÖKU, die Niederösterreichische Kultur, Niederösterreichische Kulturgesellschaft. Und das Donau-Festival sowie alle anderen Festival-Seiten und Kultureinrichtungs-Seiten sind mit Plone umgesetzt. Dann in Graz gibt es die HTU Graz. Das ist ein Projekt, das auch mit Plone läuft. Der Fehler da, den man da sieht, der ist deswegen, weil ich JavaScript ausgestattet habe. Das ist eigentlich ein I-Frame. Und ich habe da einfach JavaScript deaktiviert, damit er nicht allzuverklären wird. Und das ist die Radio Helsinki-Seite, die ich gemeinsam mit dem Nene umgesetzt habe. Das ist eine Plone-Seite und Django-Seite. Also da sieht man ein Plone-Interface. Das ist da also Plone. Und die Inhalte da auf der Seite, die vom Programm kommen, sind alle in Django umgesetzt. Wenn ich jetzt auf Programm klicke und vielleicht im Programm lande, das ist alles Django. Und diesen Übergang merkt man überhaupt nicht. Das haben wir mit einer ziemlich coolen Technologie umgesetzt, die so eine Filming-Engine, die vor dieser ganzen, vor diesem ganzen Stack steckt. Und Muadde ist auch eine Plone-Seite. Aber Plone, eins Punkt, irgendwas. Das wird ja glaube ich ersetzt. Ja, ja, glaube ich auch. Muadde war einer der frühen Plone-Anwender in Glath und haben sich aber mittlerweile verlegt davon verabschiedet, weil die Maintenance von Plone ist jetzt aufwendiger als WordPress beispielsweise. Und ich glaube, die haben sich jetzt auf WordPress irgendwie geeinigt. und WordPress, obwohl es ein PHP ist und etc. wenn man kann, also ich könnte jetzt lange Kritiken vor mir lassen, aber WordPress ist einfach einfach zu installieren, benutzerfreundlich, einfach zu mit denen und ich glaube, das ist das Optimale für Muadde. Aber Muadde hat eine Zeit nur einen Plone gepusht. So, und jetzt Plone 5. Das ist das anstehende Release, das hoffentlich heuer noch erscheint. Also bei jedem der letzten Sprints, bei denen ich dabei war, hat sich das Ziel eigentlich nach hinten verschoben, weil wir Dinge gefunden haben, die wir noch unbedingt ändern müssen. Und beim letzten Sprint habe ich diese Plone-Up-Event-Erweiterung, von der ich kurz erzählt habe, komplett effektet, obwohl es nicht wirklich notwendig gewesen wäre. Aber eigentlich hat es noch ein paar architektonische Fehler drinnen gehabt, die wir so im Plone eigentlich nicht drinnen haben möchten, wie ein Plone 5. Und, aber es wird super. Also, es gibt ein neues Content-Type-Framework, das Plone-Up-Content-Types, das ersetzt ein altes Framework, das auf Archetypes basiert. Das sind jetzt ein paar so Passwörter. Archetypes ist einfach ein Framework, das Java-esk funktioniert hat, aus meiner Sicht. Das war gut und alles mögliche, ist noch immer nicht schlecht und kann Marketing sogar besser als das Content-Type-Framework-Textel, auf dem dieses neue Plone-Up-Content-Types passiert. Allerdings, es ist alt, langsam, schwer zu entwickeln, dafür inkonstitizierte API und etc. und das neue ist Pythonic. Also, das kann man einfacher damit entwickeln und eine bessere API, schneller, schlanker und besser. Das nächste ist das Kalender-Framework, Plone-Up-Event. Damit kommen Zeitzonen in Plone, die es bis jetzt in dieser Art noch nicht gegeben hat. Also, es ist schon alles, also jedes Datum, das Objekt hat zwar eine quasi Zeitzone, ein Offset von Greenwich Main Time gehabt, aber wirkliche Zeitzonen wie Europe, Vienna oder Barcelona oder sonstige etwas, hat es noch nicht gegeben. Das ist neu. Dann gibt es Recurring-Events, basierend auf den iCalendar-Standard und mit ziemlich umfangreichen, aus meiner Sicht, besseren Möglichkeiten, als es Google Kalender zum Beispiel bietet. Weil, also zumindest das Kalender-Widget, das Recurring-Widget im Google Kalender, so wie es ich kenne von einem Jahr, erlaubt einem die Definition von relativ einfachen Recurring-Events. Auf der anderen Seite kommt man eigentlich auch auf Google Kalender dorthin, was man mit Plone-Up-Event machen kann und eigentlich noch viel mehr. Also, ich möchte mir jetzt nicht herausnehmen, dass ich das jetzt vielleicht wirklich mit dem Kalendervergleich von Google. Aber die iCalendar-Export ist verbessert worden im Gegensatz zum alten Kalender-Tool. Es gibt ein iCalendar-Import, das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Und das Set-On gibt es auch CalDAV. Es ist aber noch ein bisschen in den Kindern schon, das CalDAV, aber aus meiner Sicht eine sehr spannende Erweiterung für Plone-Up-Event. Und das ist genauso wie die vorige Erweiterung Plone-Up-Content-Tabs bereits in aktuellen, stabilen Plone-Versionen verwendbar. Dann haben wir ein neues JavaScript-Development-Environment, das wir Mock-Up nennen. Und das ermöglicht die Entwicklung von JavaScript und CSS ohne Plone und Python. Das heißt, wenn ein Frontend-Entwickler jetzt eine Erweiterung oder eine Verbesserung für das Frontend von Plone und die JavaScripts machen möchte, dann muss er diesen ganzen Plone- und Python-Stack nicht installieren, sondern kann direkt mit einem Grant- und Power-gemanagten modernen JavaScript-Framework arbeiten. Weite Teile sind völlig generisch und könnten theoretisch auch für andere Frameworks, andere Projekte eingesetzt werden. Das basiert auf der Patternsleep, beziehungsweise ist eine Abspaltung von der Patternsleep. Und die Patternsleep war etwas... Die Web Components, bevor ich da weiter ausführe, Web Components ist ein neuer Standard von WTC, der es ermöglicht, also der es erlaubt, neue Tags zu definieren, die Funktionalitäten kapseln. Zum Beispiel kann man einen Kalender-Deck machen, der dann einen Kalender-Widget anzeigt und dieser Kalender-Deck kapselt intern JavaScript, CSS und Markup. Das nennt sich dann Shadow-Dom. Also ein Dom-Tree, der versteckt wird von der nächsthöheren Ebene. Und Patternsleep ist so etwas Ähnliches, allerdings ist er schon ein bisschen älter und würde man erst damit anfangen, würde ich eigentlich dafür prädieren, dass man Web Components einsetzen, das kann man bereits verrenten. Aber es ist Patternsleep, und diesen Task zum Switchen auf Web Components, den verschieben wir mal auf eine der nächsten Versionen. Ja, Require.js ist dabei, dann haben wir endlich mal JavaScript getestet, das war bis jetzt auch nicht wirklich der Fall, möglichst implizit über diese Robot-Framework und Tests. Und das Ganze passiert auf Bootstrap 3. Und das Paket Plone-Up-Widgets inkludiert diese Mockup-Bibliothek mit all den neuen JavaScripts und diesen Form-Input-Fields, die in aktuelle Plone-Versionen Plone-Up-Widgets das passiert auf Mockup und Bootstrap. Dann gibt es ein neues Theme, das heißt Basel-Moneta, verwendet moderne Web-Technologien und Bootstrap 3. Das passiert auch auf Mockup. Und dann gibt es noch eben eine Anstrengung, den Legacy-Code aus dem Plone rauszuhauen. Also, es gibt echt einen Haufen Dinge, die seit Jahren nicht mehr angegeben worden sind, aber die funktionieren und für die Backwards-Kompatibilität wichtig waren. Aber das möchten wir eigentlich loswerden. Das wird man dann optional installieren können, wenn man das wirklich braucht. Also da kommt wieder dieses Package-Konzept von beiden uns her entgegen, dass man diese Funktionen einfach rauslagern in ein anderes Package, wenn man es wirklich benötigt, noch dazu installieren kann. Dann gibt es eine CSRF-Protection, die wir bisher eigentlich so in der Art noch nicht gehabt haben. Und eine neue multilingual-Lösung und eine neue Template-Engine, die wir inkludieren, die zwar kompatibel ist zu dem Templating-Standard, den wir verwenden, aber die Templates werden hier kombiniert und es ist alles schneller und etc. Und so, wie das neue Plone ausschauen, nach aktuellen Entwicklungsstand, das ist noch nicht ganz abgeschlossen, es müssen noch Usability-Tests durchgeführt werden und so, aber ungefähr so wird das Plone 5 herkommen, wahrscheinlich. Und das ist ein Mock-up von einer überarbeiteten Seiteneinstellungsseite. Die Herausforderungen, die wir jetzt mit Plone 5 noch zu bewältigen haben, sind, es gibt noch einen Haufen offene To-Dos und die Entwicklung von Plone findet hauptsächlich bei diesen Entwicklersprints statt. Und es kommt zu erfahren, wie viele dieses Plans es gibt, wie die Leute Zeit haben, dementsprechend gibt es größere oder kleinere Entwicklungssprünge. Und es gibt dann einige offene Issues, die in einem Ticket auf GitHub gemanagt sind, wenn man das gelesen kann. Diese Präsentation ist dann auch im Netz verfügbar. Ich kann das dann euch noch im Link geben und zeigen. Dann, naja, natürlich ist es wichtig, Entwickler zu haben. Und eigentlich haben wir eh recht viele Entwickler und das passiert ja auch einiges, aber gerade das Frontend ist etwas, was die Plone Core Contributor, das sind meistens beiden Entwickler, eher so bei vielen liegt halt nicht unbedingt die Stärke darin. Und durch die Abstraktion vom Frontend durch Mockup glaube ich, dass es da möglich ist, auch Entwickler an Bord zu bringen, die mit Plone und Biten gar nichts am Hut haben. Also Javascript Frontend-Reveloper finde ich ein recht gutes Feature von Mockup. Da gibt es aktuell einen Reparativ in Shift, also es wandert immer mehr in das Frontend, immer weniger in das Backend mit dieser ganzen Node.js-Revolution, der ganzen Javascript für MXD auftauchen. Und unsere Antwort darauf ist, dass wir eine JSON-API brauchen. Also wir haben keine standardisierte JSON-API, die in den Core-Trainern wäre. Es gibt mit On-Packages, die Inhalte bei JSON-Bereitstellen beziehungsweise auch bei JSON- und Restschnittstellen Plan über Web-Services ansteuern lassen. Aber das gibt es nicht im Core und so es brauchen wir, damit wir quasi wirklich das Frontend vom Backend trennen und es dann auch egal wird, wo die Daten gehalten werden. Das ist jetzt die vorletzte Folie. Wer Plone verwenden möchte, das ist nicht besonders schwierig, also man checkt sich, dass ein Build-Out aus, wer Plone in der stabilen Version verwenden möchte, würde ich vorschlagen, diesen ersten Link zu verwenden, github.com slash collective slash minimal Plone, das ist eine ganz einfache Build-Out Konfiguration. und wer Plone 5 verwenden möchte, den zweiten Link und hier sind die Befehle, die Notwendig sind, um Plone zu installieren aufgelistet. Zuerst im Git-Clone Build-Out Core-Dev, dann wechselt man das Verzeichnis, das man gerade ausgecheckt hat, checkt den 5.0 Branch aus, dann lasst man am besten ein über virtuell einverinstalliertes Python 2.7 über Bootstab laufen, also diese Bootstab Skript auf. 2.7 und setzt den Befehl bin Build-Out ab und dann dauert es wahrscheinlich so 5 Minuten bis alle Packages vom Netz gezogen sind und danach sollte man mit slash bin instance fg plan also zopp starten können. fg steht einfach für foreground da wird der zopp selber im Vordergrund gestartet und man sieht wenn es Fehler gibt welche Fehler das sind und da muss man den Webseller auf installiert eine Plone instanz wie schaut es von einem abgreifenden Welt aus zum Beispiel man hat die Version und man will das von full vor abgreifen werden den ganzen Deinbrief zerschossen aber es gibt ja öfter CMS-Systeme also die Upgrades innerhalb einer meiner Version von Plone 4.2 auf 3 beispielsweise sind relativ unproblematisch was das betrifft aber Plone 5 hat schon eine ganz andere Template und Layout Struktur wahrscheinlich wird man da an etwas anpassen müssen aber es ist wirklich eine medische Version die mit alten Predigmen bricht mehr oder weniger und ich glaube auch nicht dass die Anpassungen so sind dass man quasi diesen Schritt ausschließen muss es wird vielleicht ein zwei drei Tage in Anspruch nehmen um das zu machen aber dafür hat man dann halt die aktuellste Diplom Version also vom Upgrade Prozess überhaupt es funktioniert mehr oder weniger so dass man das Bild dort laufen lässt mit aktuellen Versions Definitionen es gibt auch die Möglichkeit immer auf der aktuellste Versions Definition im Netz zu zeigen und die zu verwenden und dann hat man mal die aktuellste Software dann muss man eigentlich noch im Backend einen Upgrade Step anwerfen oder und eventuell eben noch wenn sie im Code wirklich sowas fundamental geändert hat dann muss man halt die eigenen Erweiterungen anpassen weil es für die eine der Folien enthalten hat in welchen Bereichen sozusagen die Arbeit und gearbeitet wird gibt es ein Security Team auch Ja gibt es auch das habe ich gerne angehört Ja das gibt es und das funktioniert so dass die Security Audits regelmäßig machen also die machen Code Checks und finden dann eigentlich Probleme bevor sie Online gehen Genau bevor sie online gehen und dann werden die Fixes bereitgestellt es wird der Termin genannt wann dieser Fix veröffentlicht wird und da gibt es einen Haufen Entwickler die darauf warten dass das dann veröffentlicht wird und aktualisieren ihre Pläume also das ist ungefähr der Prozess Wie lange ist da die Embargo Zeit Die Embargo Zeit meint von Zumindest Ankündigung bis zum Ausrollen dauert eine bis zwei Wochen also es wird zwei Wochen vorher ankündigt dass was passieren wird manchmal einen Monat vorher aber ohne genauen also nur mit einem Hinweis und also ich kann das nicht sagen wie lang das von der Entdeckung bis bis zum Ausrollen Zeit vergeht aber es wird zumindest regelmäßig viermal im Jahr mindestens gemacht Ich habe das CRF Cross Side Request reinkommen es hat schon CRF Protection gegeben aber es war so dass sich Add-on Entwickler selbst um kümmern haben müssen das zu aktivieren also das zu verwenden und das neue CRF Framework aktiviert das per Default für alle es gibt nämlich eine Form Chain bevor der Request ausgeliefert wird durchläuft eine interne Pipeline und eine dieser Pipelines wird sich für die CSF Protection von allen Formen zu denen vorkommen kümmern also eigentlich ist das in Wirklichkeit ist das vielleicht auch nicht besonders verändert worden das kann durchaus sein und in Zukunft wird sich wirklich kein Gedanken mehr machen müssen das zu erwenden und Biden 3 ist ein zu großer Tauschkredit oder Biden 3 ist im Moment definitiv das ist Autoscope eigentlich Biden 3 also wir haben intern das hat mit einem Witz eigentlich angefangen wir werden mal auf Pyramid wechseln und haha sicher machen wir das und also in Wirklichkeit ist Moment der Konsens dass wir das wirklich mal machen werden das wird nicht ganz schnell passieren unsere Hoffnung ist da ein bisschen mit Abstraktions layer zu arbeiten dass man nicht mehr auf SOAP direkt dependencies haben sondern auf ein Zwischenlayer und dann quasi SOAP mit Pyramid austauschen können aber sicher für das ist die version von SOAP die wir einsetzen nein die geht nicht mit beiden zwei django geht oder ja also die Sachen die wir brauchen nicht ganz alle so die mysql musst du die mysql connector von mysql nehmen ja für Image Levering musst du diese PIL um nehmen und für andere sagen ich habe das was das ist eh schon modiert und bei es gibt schon was aber es hängt ein und im peck ist immer zu benutzt im Moment aber beiden also jamo geht mit beiden drei wie viele der plan entwickler verwenden auch Pyramid insofern wäre der schild eigentlich nur logisch das mal auch für selbst die konzepte sind groß teils recht ähnlich ja es wäre total wichtig für das beiden drei projekt also es hat vor kurzem eine diskussion gegeben was ausgeschaut also wo einige leute zu warten meldet haben die wichtig sind in der community in der beiden community die den ganzen beiden drei projekt keine große zukunft mehr vorausgesagt haben aber ich glaube schon dass beiden drei eigentlich der weg sein sollte der weiter gehen sollte ja falls jemand Hilfe braucht mit installieren ich